die müssen wir jetzt auch gleich zuerst setzen so die kommen nämlich hierhin die können wieder weg die haben sich gerade erledigt so dann machen wir hier nämlich genau dasselbe und der noch dahin so was wir jetzt hier im endeffekt haben ist nämlich so das ist das das ist das ist nämlich dass wir jetzt hier aufgraben können wieder alles und das können wir jetzt nämlich fluten so den lasse ich mal so dass wenn wir mal hier so machen ja dann gehen wir jetzt hier noch mal ein bisschen lang dann können wir das hier nämlich runter und der fluten lassen hier so da kommt er an da geht er hin so möchte ich das jetzt hier nämlich haben dass hier werde ich noch mal wegnehmen dann haben wir das ein bisschen abgestuft dann muss ich gleich mal gucken wie das wasser denn fließen wird hier so jetzt brauche ich meine beiden eimerchen dann haben wir die können wir eben fix wieder hochkrexeln du tue ich auch noch eben schnell weg das hier mal so weg hier möchte ich das auch noch ein bisschen anders haben am besten so so was ich jetzt nämlich hier erstmal machen muss ist den ganzen blödsinn zu füllen dafür werde ich mir jetzt hier erstmal nur unendliche wasserquelle setzen sonst arbeitet man sich ja tot daran so das ist dass sie ist das sieht gut aus dann machen wir das hier mal so und den setzen wir hierhin und jetzt haben wir hier wieder eine unendliche wasserquelle wie man sehen kann das geht nicht weg so wo zuerst welche hin müssen das ist hier und hier unter diese steine die wir da gesetzt haben einmal den voll einmal den voll so dann haben wir das und hier drüben genau dasselbe gegen anschwimmen und da einmal den einmal den so jetzt können wir anfangen von hier drüben nämlich alles voll zu machen das sieht schon mal gut aus jetzt wird er schon wieder duster hier setzen wir hier noch einen hin da möchte ich einen hin haben das sieht doch hier auch schon mal sehr gut aus ja jetzt gehe ich aber erstmal kurz rein und werde mal eben mir eine nutze schlaf können hier dass hier gleich wieder so ein alter creeper um die ecke geschissen kommt ich dachte gerade da steht ein creeper aber das war gar keine die tür ist zu okay einmal fix schlafen gehen hier nun auf die idee mit den trittsteinen zum zum eingang hier unter also vor und hinter den den kolben da bin ich erst vorhin drauf gekommen so einfach das jetzt auch gerade aussieht hier das war so ein bisschen der knackpunkt der mich bisher immer davon abgehalten hat das ding hier bauen zu wollen weil ich immer nicht wusste ja noch zugbrücke hoch und runter ist kein problem aber wie kriegst du das wasser da wieder vernünftig hin das war so ein bisschen mein mein problemchen so jetzt setzen wir hier nämlich auch noch mal ordentlich was hin dann nehmen wir uns mal einmal und da nehmen wir uns einmal setzen wir hier auch noch was ordentlich hin so machen wir das ganze so so da ein und hier ein eimerchen das zieht hier auch gut alles rüber ist ja zwar ein bisschen flach dieser ja dieser der burg graben aber naja das ist dann eben so so das läuft jetzt hier alles schön runter mal mal gucken wie das wasser hier fließt der baum da unten der muss auf jeden fall weg ansonsten sieht das nämlich echt nicht aus so der kann jetzt hier in ruhe die kane dann müsste jetzt nichts mehr unter sein das werde ich nachher noch ein bisschen mit sand ausschmücken so was wir jetzt hier nämlich haben da hinten erstmal ein loch was ich noch stopfen muss mit wasser so jetzt sind wir ja hier unter der linken tür durchgegangen das heißt wir werden uns hier mal irgendwo kurz runter buddeln müssen da ist auch schon meine redstone leitung so jetzt brauche ich natürlich ein hebelchen um die zugbrücke hoch und runter setzen zu können es ist natürlich die frage wo setzen wir die ich würde die ganz gerne hier an diese seite setzen irgendwo würde sagen das machen wir hier irgendwo das sieht doch noch was aus ich brauche die letzte und verstecker der erstmal unten und hier machen wir noch mal eben auf der muss weg und gut dann setzen wir jetzt erstmal den redstone verstärker die hier noch brauche hebelchen 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 will nicht hebelchen will okay dann haben wir das dann können wir jetzt hier nämlich mit dem redstone arbeiten das heißt ich werde im endeffekt den hebel werde ich hier hinsetzen und das sieht noch was aus das heißt ich muss hier hingehen und dann brauche ich jetzt hier unter redstone klappt okay das wollte ich haben so dann haben wir jetzt nämlich hier die kunde ich nehme eben hier die tür weg dann kann man das vielleicht besser sehen die kommen wir gleich wieder setzen tür will nicht die die kann ich die kann ich stapeln dann geht das so was wir jetzt hier haben müssen ja hier stimme jetzt und kommen nicht rüber da hinten stehen die creeper und wollen zu uns wenn wir raus wollen hebelchen ziehen geht das ding hoch haben wir hier eine brücke hebel wieder aus brücke versenkt sich und es wasser das wasser fließt nach das problem wäre jetzt gewesen das zeige ich mal eben hier wenn jetzt hier unter nämlich kein wasser wäre hätten wir nämlich das problem dass komma so zugbrücke hoch zugbrücke runter und hier wären strudel den habe ich jetzt eben vermieden indem ich hier das wasser hier untergepackt habe und dass wir jetzt hier die ja diese schicken dinge wirklich von beiden seiten haben die also hier die blöcke jetzt in der mitte kriegen haben zwei massive wasser blöcke auf jeder seite und somit können wir jetzt hier die zugbrücke hoch und runter lassen ich finde das ist eine gute möglichkeit so haben wir das so wie das werde ich noch irgendwann auskleiden mit den anderen mit den steinziegeln und hier wollte ich eben moos steine rein haben damit das wirklich danach aussieht als wenn die dinger ewig im fluss versenkt wären und ja nur bei bedarf hoch und runter gefahren werden aber ich habe leider keine ahnung wo ich diese bemoosten steinziegel ich gehe mal einmal in der wikipedia am besten gucken damit ich mal da ja dann werde ich mich mal informieren bis gleich so und da bin ich auch schon wieder also kraften lassen sich die dinger gar nicht ja dass die werden wir finden in festungen da können wir sie letztendlich herbekommen und alles weitere muss man dann sehen ich finde diese tank stöpfe finde ich irgendwie lustig so jetzt können wir eigentlich mal erst mal zu sehen dass wir das ding hochfahren hier und hier wollte ich den eben tageslichtsensor haben dass wirklich bei tag die dass das hoch ist und jetzt haben wir das restungssignal ein und bei nacht geht das ding in verschlussmodus und dann ist hier alles weg das können wir dann eben auch noch machen dann geht die bei tag geht sie hoch und bei nacht geht sie runter dann sperren wir unsere unsere festung für alles was da kommen mag da wollte ich das eben noch machen aber ohne diesen tageslichtsensor ja lassen wir das erst mal hier machen erstmal wieder dicht das brauchen wir erstmal nicht mehr und jetzt kommen wir hier nämlich anfangen alles weg zu hauen hier hinten weiß ich jetzt gar nicht wie das jetzt am dümmsten mache ich habe hier noch eine ganz andere idee gerade was passiert eigentlich wenn ich den hier wegnehmen dann habe ich hier dann habe ich hier sowas ach das das sieht doch auch noch was aus oder ich glaube das mache ich so denn nämlich wenn wir hier drin sind und mal wasser brauchen sollten kann man war hier so und schon haben wir einmal wasser kann man hier vielleicht noch einen kleinen brunnen setzen oder so das wäre ja auch noch mal eine möglichkeit ja ich denke das ist dass das lasse ich so habe ich noch ich habe natürlich keinen mehr okay muss ich gleich noch ein bisschen erde mal holen weil ich würde das hier hinten nämlich noch gerne mit mit erde kann auch stein ziegel natürlich kann ich auch nehmen das sieht auch mal was aus alles so design 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 das ist alles könnte man ja mal schreiben was hier zu meiner kleinen zugbrücke sagt kann man natürlich noch anders machen aber ne lasse ich jetzt erstmal so ich kann ja auch noch mal was anderes probieren ne das ist auch doof oder ne 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 das das kann ich so nicht machen das würde jetzt so nicht funktionieren wenn noch einer die idee hat wenn man hier so ein ausfahrbares geländer hinbekommt dann sagt mal was das würde mich nämlich auch noch mal reizen so was so wenn wir das mal bis hier erstmal alles wegnehmen diesen gedönskrams hier so hier werde ich noch was machen müssen und zwar werde ich mir noch ein paar ziegelsteine eben mal fertig machen hier die steinziegel damit ich das hier drüben noch ein bisschen schöner hin bekommen weil die möchte ich nämlich ausgetauscht haben das sieht so nicht aus ja das habe ich mir schon fast gedacht hier dass wir jetzt hier nämlich unten gerade alles geflutet haben das kommt ja auch mal immer wieder vor immer wieder gern genommen ja jetzt liegt hier nämlich alles quer in der gegend rum so aha das ist jetzt ja das ist jetzt gerade doof machen wir erstmal die seite fertig ja das das war jetzt dumm nachgedacht sage ich jetzt mal so auch die redstone verstärker hat sie auch zerlegt hier ist ja fürchterhaft und das machen wir jetzt eben mal fix neu hier wenn ich jetzt gerade wüsste wo ich die dinge hingelegt habe ich sie sehr schön ich muss sie vor allem hier drüben erstmal bevor das weg weg die kate einmal fix einsammeln hier so da haben wir die vier hier drüben machen wir auch wieder vier so dann brauche ich den redstone brauche wieder zwei das hatten wir bis hier bis da und hier hatte ich auch steingedöns drinnen setzen wir mal eben hier schnell den redstone drauf wieder ja dann bauen wir das ding fix ein zweites mal auf hier wir haben ja alle schon ausgehoben das ist ja nur auch kein beinbruch so den da hier den da hier verstärker redstone und fertig ist die laube so haben wir das jetzt werden wir garantiert noch ein paar mal mehr fluten das heißt ich werde hier jetzt hier jetzt erstmal einmal ja das mal eben so hier schnell dann kann ich das hier drüben auch wieder weg gruppe ich bin so ein trottel ich bin so ein trottel das glaubt mir gerade echt keiner hier das ist ja nochmal das ganze und nein ich mache das nicht extra das ist hier ich habe gerade den den kopf noch mit anderen dingen voll und das passiert vor allem jetzt wird es auch gerade wieder duster und ich habe ich brauche was zu essen brauche auch hier irgendwann wieder ein steak futtern einmal fix ins bettchen gehen in Vielen Dank.